Wie macht man das jetzt? Da steht, was ich sagen will. Heute ist der 18. April und ich bin gerade im Logbuch dabei, wo die Bounty an den Cap Verden vorbeisegelt. Und ich wollte eigentlich fragen, ob ihr alle schön treu meine Videos guckt. Und ich wollte mich bedanken für die Hilfe im Napoleon Forum und von Heymuth, der 2019 schon mal auf Pitkran war, die Insel, wo heute noch die Nachfahren der Meuterei leben. Schaut euch mal seinen Kanal an. Ich verlinke den unten. Und dann habe ich noch eine Aufgabe für euch. Ich möchte ja die Mond- und Sonnenstände richtig einstellen. Das Problem dabei ist, im Flugsimulator kann ich nur von 1990 bis 2100 das Wetter einstellen und die Sonnenstände und so weiter. Und jetzt ist es daran herauszufinden, in welchem Jahr passen die Mondphasen am besten zusammen mit 1788. Also in welchem Jahr von 1990 bis 2100. Ich habe da 2017 schon mal herausgefunden, durch rumprobieren und ein bisschen rumgerechnet. Aber es ist ja meine Aufgabe herauszufinden, welches Jahr noch genauer passt. Das ist eure Hausaufgabe. Mach es mal. Danke. Tschüss. So, ich mache jetzt weiter. Mit Kaffee trinken. Lecker Schmecker. Bis denn. Tschüss.